Ich bin begeistert, aber nicht nervös. Ich glaube, wir haben ein super gutes Team und ein tolles Auto. Aber alles andere ist neu für mich. Ich bin noch nie ein Rennen in der Nacht gefahren. Die freuen mich unheimlich auf das Rennen. Aber nein, nervös bin ich nicht. Einfach nur begeistert. Ich fahre hier in Daytona zum ersten Mal ein 24-Stunden-Rennen. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. Natürlich habe ich versucht, mich so gründlich und professionell wie möglich auf das Rennen vorzubereiten. Ich habe mit vielen anderen Fahrern gesprochen und bin stolz, ein Teil der Porsche-Familie hier zu sein. Für mich ist es eine Ehre, in so einem hochkarätigen Feld zu starten. Ich werde alles tun, damit wir gut abschneiden. Das ist mein zwölftes Jahr hier in Daytona beim 24-Stunden-Rennen. Mein erstes Mal war mein erstes Rennen überhaupt als Porsche-Werksfahrer. Damals hat Alvin Springer, Timo Bernhardt und mir eingeschärft. Wenn ihr mit einem anderen Porsche kollidiert, dann verlasst sofort die Strecke und kommt nie wieder. Ich denke, die Zeiten haben sich ein wenig geändert. Mein erstes Rennen hier habe ich gleich gewonnen. 2003 dann sogar den Gesamtsieg geholt. Ich hatte hier schon viel Erfolg. Dieses Jahr wäre es mal wieder Zeit für eine neue Uhr. Ich hoffe, es ist Zeit für ein weiteres Rennen dieses Jahr.